Über Angelismus wollen wir jetzt nicht reden. Das ist Vergangenheit. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Boah, richtig guter Start. Richtig guter Start. Oh mein Gott. Ich wollte es nicht. Es tut mir so leid. Aber der Start war clean, oder? Der war sauber. Der war sauber. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sag gleich was zum Setup Nein, ich kann es mir nicht verkneifen, ich muss es sagen Der fühlt sich sowas von geil an Jetzt bin ich wieder motiviert That's it That's it Wir haben es Wir haben eine geile Karre Ein geiles Setup gebaut Nächste Streaming Session Wird geschwitzt Ja, auch beim rausbeschleunigen Mega gut Nee, Wochenende wollte ich hin Wochenende Safe Warte mal, heute Nacht ist Gothic dran Danach hätte ich wieder Bock ein bisschen zu shooten In drei Tagen Boah, der ist so sexy Genau, Samstag oder Sonntag Da ist dann auch Open End Boah, ey, der kommt so gut So eine geile Rotation So gut So gut Bremsen auch super So gut Wow Gagga, ich und Benne haben das schon im ACC auch genauso gemacht. Benne war mein Renningenieur. Der ACC hat mir auch mega geholfen. Genau, und den hatten wir glaube ich auch noch ein bisschen Feintuning betrieben und ich meine, gegen Ende kam ich auch auf eine gute Zeit, also für meine Verhältnisse. Genau. Boah. Person 3, bis jetzt in die Box? 31 Hat funktioniert, was er bleck gemacht hat ? 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 jetzt heißt es eigentlich nur noch die strecken leeren das action purger action pur so muss das Oh, ich muss in die Box. Ich fahre immer noch ohne Strafen. Wie kann das sein? Hey, jetzt macht es ja wirklich Spaß. Also, bis wohin? Ich war kurz davor aufzugeben. Ähm, ich glaube, das ist momentan die längste Variante, Gaga. Also, es wird im Menü unterteilt. Zwischen Kurz, Mittel und Lang. Und das ist gerade Mittel. Was anderes gibt es nicht. Ja, Wolken, aber das passt sich ja dann auch an. Ich fahre es halt auch irgendwie 20 Minuten oder so. Je nach Streckenlänge. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja, reifende Marsch, war? Nein, klar. Brainer! Abonnez-vous! Boah, ich bin halt viel zu langsam, ne? Aber in ACC bin ich die auch immer gefahren. Äh, acht Runden. Noch drei. Zweieinhalb. Weiß ich, ich könnte mal probieren, wollt denn? Ich probier gleich mal hart. Alles klar, wenn er. Aber guck mal, ich glaube, das ist einer, der hart gefahren ist. Siehst du, der muss rein. Nee, du kannst auch mit hartem durchfahren. Ich habe jetzt Mittelreifen genommen. Und nach Runde vier waren die, glaube ich, bei 40 Prozent oder so. Aber wir können gleich mal was anderes probieren. Und nach Runde. Und nach Runde. Untertitelung des ZDF, 2020 Könnte man auch machen, beide Und das werde ich auch alles machen, ich werde alles austesten So, jetzt ist aber, das Schlimmste habe ich jetzt erstmal durch Eine Karre, mit der ich klarkomme, gutes Setup Und das ist sehr klar, das ist sehr, 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 sehr 31. Eine noch. Los, ein starkes Finish. Oh. Oh, scheiße. Nein, Off-Track. Nein. Zu weit draußen. Ich könnte Bremsverteilung jetzt ja noch ein bisschen mehr nach hinten ballern, dass ich da auch nochmal Rotation reinkriege, ne? Jetzt würde es ja Sinn machen. Das ist so schon gut, aber ich glaube, das wäre auch das Einzige, womit ich da rumspiele. Oh. Oh. Ganzes Setup, mega leichte Anpassung, Strecke mit vielen langsamen Kurven, Bodenfreiheit hinten etwas runter. Ja. Das ist auch gut zu wissen. Also nur noch mit der Bodenfreiheit spielen. Für, für Rotation. Also dafür, dass ich jetzt zum ersten Mal gefahren bin, ist es jetzt nicht verkehrt. Also bei der LFM hätte der Start drei Tage Pause bedeutet. Ja, aber das, was ich am Ende gemacht habe, der Turn, oder? Davor war doch gut. Start war sauber. Hahaha. Musik 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 Musik